hey freunde servus ich bin der random batman arkham knight geht weiter wir sind immer noch beschäftigt mit der fahndungsliste und dieses mal kümmern wie das immer weg geht dieses mal kümmern wir uns um die letzte mission von bandit mit zwei gesichtern sprich wir buchten jetzt ja wir erinnern uns diese two phase missionen ging mir ziemlich auf den sack weil es wieder viel mit schleichen und truff auf die mutter zu tun gehabt hat und mit schleichen bin ich nicht so gut leider aber gut wir müssen durch wir müssen es machen irgendwie müssen wir das spiel ja auch bänden ihr seht oben ich habe noch einen haufen in der stadt zu erledigen türme autos was weiß ich falls wir auf dem weg irgendwas sehen hören kümmere ich mich drum ich denke das wird das beste sein wenn ich so das zeug nach und nach macht weil ich glaube fast wir müssen es echt machen aber guck mal mal geben wir mal gas ein bisschen guck hier zum beispiel da ist so ein ding für die winde mit dem virus das können wir gleich machen auf dem weg jawohl ich kümmere mich drum alfredo so in der ruhe liegt die kraft aber ich jetzt nicht mal bald die scheiß rakete freigeschalten das wird nicht weniger geh jetzt und los geht's zack 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 jetzt kommen noch mehr war ja klar hinter mir sind noch drei ich habe ihn läuft aber ganz gut das war's sauber der bau liegt frei mithilfe der winde kann ich eine kontrollierte explosion auslösen alles klar diese bombe stellt keine gefahr mehr da perfekt dann können wir ja die mission wieder auswählen das ist ein bisschen blöd dass er die dann immer wieder abwählt du findest versuch gerade gothams größte bank in kingston zu überfallen zeig ihn auf zu halten sir so raus und rein würde ich sagen durch den vordereingang warum auch nicht das ist die größte bank gothams das ist die größte bank gothams das ist die größte bank gothams heute nacht holen wir uns ein rekordjum ich hab's ich hab's gefühlt es wird wieder asozial ach du scheiße freut euch auf einen ruhigen part weil ich mich wieder konzentrieren muss ich sehe es kommen diese schläger können wegen des alarms nichts hören genau wie die anderen ich werde hart zuschlagen so erstmal ein paar entwaffnen okay so gleittritt durchs fenster weiß nicht ob es was bringt nö gar nichts da stand ja nicht mal einer cool voll für den arsch okay pass auf vielleicht bringt es mir mehr wenn ich hier am boden was mach so angstmulti ausschalten oder so ne kacke pass auf ah fuck so dann mal gucken 315 habe ich erst besiegt ist ja geil ah wo ist der rest Leute die Münze hat anders entschieden pass auf so da hinten ist noch einer drin den hole ich jetzt genauso so der vorteil ist ja dass mich die anderen nicht hören können das heißt ich kann die nach und nach irgendwie zumindest mal versuchen auszuschalten du depp du depp ich bin gleich wieder tot ey ich sehe es kommen ach du scheiße holy fuck was ist denn da los wie machst du das Batman ach schüsse habe ich auch keine mehr die Münze sagt er muss sterben das ist Schicksal Batman er ist hier hat ihn verloren er ist da lang so jetzt aber irgendwo hoch hopp weil du ein Depp bist so weiter 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 ok weg 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 Batman weg Batman hier ist noch ein Wanderboden hat ihn verloren er ist da ach Gott warum sind das so viele du hättest uns in Ruhe lassen soll Batman aber da bist du nun so vier stück habe ich noch so vier stück habe ich noch kacke mit dem Wagen komme ich da nicht rein fast fast haben wir es kommen doch er ist unter uns alle Mann raus zahl du verlierst Batman die Jungs hier werden das sicherstellen bringt uns die Leiche es gibt keinen Alarm mehr der meine Angriffe übertönen konnte ich muss leise sein oder schnell Oh, das hört nicht auf das Level geht das hört nicht auf soll mal gucken ob ich waffen zwei stück kann ich noch kaputte machen ich kann das erst sabotieren wenn ich die verbesserung für den unterbrecher habe dann legt mich doch scheiße so wenn der zurückkommt könnte ich ihn kriegen kommt da aber nicht drecksau wie sieht es aus das ist echt anstrengend legt es mir am arsch der sieht mich nimmer das problem ist auch dass ich jetzt gar kein detective mode einschalten kann groß kann man gucken ob ich was hacken kann bei den kronleuchtersteuerung der erscheint allein zu sein was bedeutet denn könnte schon das war so dumm du mal batman das war so dumm du mal Greif halt an. Hau ab. Wenigstens habe ich so ein bisschen verwundet. Okay, der Rest scheint oben zu sein. Wie mache ich das am besten? Ach Gott. Ah, Detective Mode kann ich mittlerweile einschalten. Da oben ist eine Drohne. Warum sagt mir das keiner? Die könnte ich, glaube ich, holen. Wir können nichts für ihn tun. Wir verteilen uns und nehmen Rachen. Die ist weg, oder was? Ich sehe mir den Typen an, den Batman ausgeschaltet hat. So sehe ich den. Wie konnte er noch einen aus? Schafft. Gott sei Dank. Cash, ich habe Tufel. Bring ihn vorbei. Holen Sie seine Männer ab. Geht klar, Batman. Geil, geil, geil. Ey, das war echt scheiße anstrengend. Zum Teufel mit dir. Das ist also wahr, Bruce? Dann antworte nicht. Wir kennen die Wahrheit. Du bist nicht Bruce Wayne. Jim Gordon und ich haben keinen Deal mit Bruce Wayne geschlossen. Und es ist ganz sicher nicht Bruce Wayne, der jede Nacht auf den Dächern wartet. Das ist ein wahres Ich. Wir verstehen dich, Bruce. Es ist nicht das Gesicht, das dir gegeben wird. Sondern das, das du dir aussuchst. Hier ist Endstation, Dent. Du solltest mich nie unterschätzen. Nimm deine Fledermauskreppel von meinem Boss. Ja, er hat mehr drauf als du. Spar dir deinen Atem. Wir kriegen noch unsere Chance. So schnell nicht. Hätte wissen sollen, dass du zuerst hier drin landest, Oswald. Justitia mag keine Schwächlinge. Red weiter, Hav. Ich wisch der anderen Seite das Grenzen vom Gesicht, wenn du nicht aufpasst. Die haben sich lieb. Coole Sache. Das wäre auch abgeschlossen, Leute. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal.